Wenger sei keinesfalls verärgert. Ich will für keine dummen Schlagzeilen sorgen. Aber wenn meine Persönlichkeit dem entgegensteht, was unser Klub braucht, dann ist das wichtiger als ich selbst, sagte Wenger. Die Frage, ob er dem Fußball erhalten bleibe, ließe offen, auch interessant jeder, Zeit auf, Ballhöhe, kostenlose News per WhatsApp, es ist eine neue Situation für mich, ich weiß es nicht. Der Elsässer, der im 22. Jahrteammanager Arsenals ist, hatte zuletzt verstärkt für Fanproteste gesorgt. Die Anhänger warfen ihm Starrhalsigkeit und mangelnde Flexibilität vor. Video statt Bayern oder PSG schnappt sich Leverkusen brasilianisches Top-Talent.